Hallo, liebe Gaming-Freunde und willkommen zu Nicht-Battle-Blog-Theater. Und zwar, ja, Smokey hält seine Aufnahmetermine sehr gut ein, nicht, und ich spiele heute Worms Reloaded mit Joe. Hallo, yo, ich bin der Joe. Aha, wir spielen natürlich mehr Spieler und fragt nicht nach seinem Kanal, denn er ist kein Let's Player und wir beginnen mit einem lokalen Spiel. Was möchtest du sein? Natürlich Profi. Profi, natürlich. Ich habe das Spiel natürlich noch nicht vorher gespielt, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, willst du Carbonara oder? Hört sich schon ziemlich lecker an, ne? Ja, oder bin ich dann Carbonara? Hm, gute Frage. Weil Nudel Carbonara, Nudel Carbonara, ne? Schon, ne? Ist schon geil. Würzig. Nehmen wir. Ja, und was willst du sein? Dann bin ich der alte Knacker. Uh. Okay, jetzt können wir das Spiel starten. Nein. Und das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ähm, ja. Weil ich gucke trotzdem mal. Machen wir so. Alles klar. Okay. Mehr stellen wir nicht ein. Bin ich rot? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Zeit für eine Poster-Schein. Ne, alte Knacker hier. Der Controller. Meister. Ah, so. Dann wie sucht man nochmal aus auf dem Kreis? Ja, wir spielen mit Playstation-Controller. Das ist total effektiv am PC. Ja. Ich würde sagen, ich hau erstmal eine Bazooka rein, aber da komme ich nicht dran. Äh, so. Lass Colin in Ruhe. Liebe Melon. Ja, sieht gut aus. So, da haben wir eine Granate. Und wie schmeißt man jetzt nochmal? Das war mit X, hatten wir eingestellt, ne? Hatten wir eingestellt. Mal sehen, ob es funktioniert. Und? Ja. Sehr effektiv. Sehr effektiv und voll getroffen. Das Flamen kann beginnen. Hm. Schulter-Chirk. Ah, Heilung. Muss ich aber noch nicht nehmen. Just take it. Nein, ich nehme das jetzt. Nein, tue ich nicht. Ich muss sagen, ich habe sehr wenig Übung in diesem Spiel. Wie soll ich denn hier rauskommen? So nicht. Vielleicht gar nicht? Oh, das hat gut geklappt. Okay, also hier sind Vollprofis am Start. Absolut. So. Ich würde sagen, ich hau dir jetzt mal voll eine rein. Hast du gerade auch gesagt. Jetzt aber wirklich. So. Bisschen Gegenwind. Natürlich alles kalkulieren und... Ach, da unten links war der Wind angezeigt, ne? Oh. 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 Bumm. Ah. Nicht ganz. Oh, da unten in der Ecke ist das jetzt eingequetscht. Oh, hallo. Hi. Ja, was machen wir denn da mal? Brenner? Luftdruckbohrer? Im ersten Wormspiel habe ich mir immer Höhlen gebaut. Mit einem Bohrer und Bomben. Ja, komm. Jetzt so richtig rein? So richtig rein. Okay. Das ist böse. Tschüss, Batsch. Ganz schön viel Schaden gemacht. Aber er lebt. Und er wird dir eine reinhauen. Jetzt zeige ich es dir. Spring in die Mine, spring in die Mine. Ich weiß nicht, was ein Dragon Ball macht, aber ich sollte es jetzt lieber nicht ausprobieren. Du wirst unbesiegbar sein. Oh, yeah. Also die Granate war ja schon gerade ziemlich knackig. Also, jetzt kommt es hier. So, das sieht... Gib mir mal einen Tipp. Nein. Sieht das gut aus? Nein. Okay, pass auf. Hier. Warum hackt das? Das Spiel will mich veräppeln. Du hast doch... Das war Absicht. Leck des Todes. Du hast dir selber noch mal sattgezogen. Sehr gut. Das Spiel mag mich. Oh Gott, das Spiel hasst mich. Wer bist du da oben? Das ist einer von deinen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich nur? Das sind jetzt immer die Ausreden, wenn sie nicht trifft. Heilige Handgranate. Okay. Heilige. Teleporter. Sagen wir es mal vorher. Teleporter. Kann ich danach noch was machen? Ich hoffe. Nee, sieht nicht so aus. Nee, okay. Aber ich bin aus dieser Ecke raus. Dafür aber offen stehen für ihn. So. Spring in den Tod. Spring in den Tod. Tu es. Hm. So, Fallschirm haben wir einen. Den muss man aktivieren? Ich weiß es gar nicht. Muss man aktivieren. Äh, wo springt man nochmal? Auf, äh, Deirg? Auf Vieregg. Vieregg. So. So. Aber mit Gegenwind ja sehr effektiv. Hm. Gibt es irgendwas, was ohne Zielen klappt? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es reicht nicht. Mein armer John Bon Jovi. Nee, es reicht nicht. Wieso? Das zeigt dir auch nur die Richtung an, oder nicht? Meinst du, der zieht so weit durch? Ich weiß es nicht. Wenn du mich anlügst. Kugel. Oh. Kann er sich nicht bewegen? Ich dachte, die Kinder sich nach dem Zug noch so eine Sekunde bewegen wollen. Kommt drauf an, welches Item du nimmst. Ach so. Du bist noch dran. Ja, sag ich doch. Stier. Ah, zwei Schüsse kannst du damit machen. Jetzt kann ich mich auch noch bewegen. Siehst du? Ja. Sag ich doch. So viel Zeit verplempert. Sehr gut. Ich hab getroffen. Ja. Hallo. Der sieht da gut aus. Ja, total. Ich weiß leider nicht, wie man rückwärtspringt. Ich bin noch mit den Reporter. Nein, ich weiß leider nicht, wie man rückwärtspringt. Komme ich da durch? Nein. Nein, nein. Aber wenn ich einen Teleporter benutze, komme ich da nicht mehr raus. Also mein Geheimtipp wäre jetzt, da mal gegenzuschießen aus der Nähe. Ob das klappt? Nein, es klappt nicht. Es klappt nicht. Sehr gut. Es klappt nicht. Lauf, lauf, lauf. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Nein. Okay. Sehr gut. Aber hey, der Weg ist frei. Und das Spiel ist wieder ausgeglichen. Mit Eisenbanken. Willkommen zur Tog-and-Pony-Show. Hi. Laufen die Schafe links und rechts? Oder wie sieht das dann aus? Ich glaube, in die Richtung, in die du sie abwirfst. Das heißt, wenn ich das jetzt abwerfe in die Richtung... Ne, das springt dann nicht hoch. Weißt du es? Ich glaube, die Schafe springen auch. Sollen wir es ausprobieren? Probier's. Okay. Ich bin bereit. Kann man die zum Platz holen? Ja. Sehr gut. Oh, es brennt. 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 Wow. Aua. Der tat weh. Du brauchst keine Heilung, ne? Also, der Kleine hier unten, aber nicht. Doch, der ist doch gerade hingefallen. Was? Siehst du, das ist nicht geil. Das Geräusch. Wir haben eine Scheiß-Map ausgesucht. Was ist das? Elektromagnet? Wachkanone? Probier doch mal diesen Dragon Ball aus. Ja, aber es macht, glaube ich, nur Sinn, wenn ich vor dir stehe. Ja, aber so verletzt du keinen. Du musst ja immer dran denken. An die Gesundheit anderer. Siehst du, der haut dann. Ah, stimmt. Ich versuche jetzt, eine Granate hochzuwerfen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor fünf oder zehn Jahren gespielt. Okay, dann nicht. Ich komme da nicht raus. Das ist mein Problem. Das sind die cremigsten Gameplays, die ich jemals gesehen habe. Und jemals selbst produziert hast. Bananenbombe. Do it, do it. Kenn ich noch aus dem ersten Teil. Ja, ich kann mich so ganz leicht entsinnen. Das mit der Lenkrake... Lenkrakete werde ich jetzt mal nicht ausprobieren. Oh, Schisser. Schisser, Schisser. So. Wie springt man dann ab? Selber Knopf. Bazooka? Du bist doch bescheuert. So, dass du schön fliegen kannst. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Mein armer John-Born. Ich mache dich fertig. Wer ist denn Spatke? In die Fresse. Ich glaube, du hast dich selbst getroffen. Sehr gut. Ja, ich habe mich selbst getötet dabei. Hätte ich auch eine Kamikaze machen können. Ganz easy. Aber du bist auch tot. Zeit für ein Buster. Alle Böden reisen. So. Da komme ich irgendwie nicht dran, ne? Müsste man erst freispringen oder sich wegteleportieren? Wie springt man jetzt nochmal? Mit Viereck. Und... Ey! Welche Taste? Ich glaube, doppelt. Doppelt. Wunderbar. Dankeschön. Bitte. Jetzt wissen wir, wie man rückwärts springt. Lass mein Sam in Ruhe. Dein Sam kriegt jetzt volles... Armer Sammy. So, meinst du, dass es passt? Ah, Sammy. Bam. So, pass auf. Sammy tot. Eigentlich... Sollte das jetzt so sein, dass es für dann noch mal... Kommt. Haha. So. Colin, mit Ausrufezeichen. Das ist gemein. Ich hab's gesehen. Hallo. Hallo. Inu Matuke. Was ist das? Startträger? Stoß? Ich glaub, damit kann man irgendwie da drüber laufen. Wenn man irgendwie einen Fluss hat oder so. Was? Ich... Ich weiß nicht, wie man das verwendet. Das Schäfchen bringt mir hier nichts. Also, nehmen wir noch mal die Bazooka. Wuhu. Wuhu. Ah. Warum bist du ein kleiner Enkelbeiter? Okay. Ich hätte Dennis angegriffen, da war doch Platz frei. Ja, aber... Ist so. Was machen wir denn mit dem hier? In den Totspringen, in den Totspringen, in den Totspringen! Because of reasons. So. Da haben wir einen Jetpack. Wuii. Nein! Nein! Ja, nein! 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 Ich dachte, mit X macht man... Also, fliegt man höher. Ich muss jetzt hier irgendwie raus. Also, teleportiere ich mich. Schön direkt vor meinem... Hier in die Ecke. Und dann ist mein Zug vorbei, ne? Ja. So. Du hast Skill. Ja. Die Leute sehen den cremigsten Content gerade. Boah, ist gemein. Warte mal. Da. Das Schneiden war weg. Ja, klar. Wie beim letzten Mal, ne? Natürlich. Was? Welches letzte Mal? Wo du den Anruf bekommen hast. Ach so. Ich hab dein Let's Play gesehen. Das war kein Let's Play. Sag ich doch. Ich bin dein... Ich bin dein Fangirl. Natürlich. Wow! Armer Colin. Boah, so richtig frei. Colin tot. Colin! Wir trauen um Colin. Ausrufezeichen. Ich werde eure Nudel vernichten. Ich glaube, da konntest du den Timer einstellen. Du hast es gerade vier Sekunden. Irgendwie hat das schon wieder gedeckt. Ja, ein bisschen. Komm, schlag drüber. Was? Sehr gut. Und jetzt noch daneben. Was? In die Mine rein. So, hast du jetzt noch hier dieses komische Ding da? Ja. Pass auf. Ich werde verlieren. Sag ich doch, Leute. So. Alter. Ah. So. Dann setze ich einfach eine Mine hin. Ja, klar. So. Wie er schreit. Nicht ganz viel getarnt. Warum fliegst du da nicht vorher rein? Tja. Aber wenn ich jetzt sterbe... Was? Ich wollte es nur noch mal spannend machen. Huf. Es wird wiederholt. Ich will keine Wiederholung. Weg. 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 Das ist ein viel Geld. Weg. Weg. Doink, doink. Oh, hallo. Irumatuke. Irumatuke. Ich hab... Mit welcher Waffe hatte ich die zwei Schüsse? Mit der Schrotflinte? Ja. Warum gebe ich dir denn einen Tipp überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich bin viel zu nett. Geh ein Stückchen noch ab. Nein. Doch. Nein. Das hilft. Nein. Was für ein Kacka? Du hast ja noch einen, ey. Sicher. Alter. So. Aber ich hab auch viel Leben. Ich weiß es zwar nicht, was ich jetzt hier tun werde. Aber es ist egal. Warte mal. Jetzt hier so ein Kamikaze. Gab's die nicht hier? Unten. Da. Oma. Da, 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 da. Kamikaze. So. Besteigst du mich grad oder was? Äh. Schneiden wir raus. So. Ich bin bereit. Ich glaube, das ist schlecht für die Views, wenn du irgendwie stirbst die ganze Zeit gegen mich. Fällt das auf? Nein. Okay. So, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nein, ich hab kein Band mehr. Wo ist das Jetpack? Wo ist das Jetpack da? Die waren, äh. Ja. Jetzt X. Achtung. Ich mach das Ding hier noch. Knapp gewonnen. Schade. Du hattest noch drei Leute und hast trotzdem verloren. Nihihihihi. Uhuhuhu. Ha, 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 ha. Uhuhuhu. Jo. Ja. Voll gut gemacht. Warum geht es nicht weiter? Weil, keine Ahnung. Äh, wie geht es denn zurück? Gibt es hier irgendwo Credits, die man runterlaufen lassen kann? Äh, nein, hier nicht. Bestenlisten, Erfolge, Hilfende, Zusatzinhalt. Aha, 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 Hilfende, Optionen, Mitzwirkende. Aber das muss man doch selber runterscrollen, oder was? Ah, ne, doch nicht. Ja. Äh, ja, 20 Minuten. Echt? Ja. Wow. Also, nächstes Mal, wenn Smokey wieder seine Termine nicht einhält, können wir ja eine Revanche spielen. Ja, ich, ähm, werde in der Zeit sehr hart jetzt jeden Tag trainieren. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Dafür hast du nicht die Motivation. Jedenfalls, hat es Spaß gemacht, ne? Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir bedanken uns fürs Zugucken, Kommentieren, Liken und was ja nicht sonst alles für, ja, mich eigentlich tut, weil er hat keinen Kanal. Und, ja, hoffentlich bis nächste Woche Sonntag zu BattleBlog Theater, damit ich der Revanche ausweichen kann. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Miau. Ich kann das zu hochdrehen, ein bisschen. Dreh es, dreh es, tu es einfach. Oh, ja. Oh, da bewegt sich etwas. Schau auf die Stimme. Halt's Maul. Tu es einfach. Ich tue es einfach. Ich bin so bereit wie nie zuvor.